Ein bisschen an der Feinabstimmung, aber das ist kein Wunder, so früh in der Saison, Bischof. Pjosek, Pjosek auf Matthew Taylor, nochmal über Hergesell. Und da ist das 2 zu 2 und es trifft der neue Mann Roger Krohn. Erneut der Lucky Punch. Pjosek, 78 Minuten gespielt, Ausgleich, Münster. Jetzt haben sie richtig stark gespielt, Hergesell. Und dann Roger Krohn. Mit seinen 1,93 überspringt er den gegnerischen Abwehrspieler. Moneda kann die Flanke nicht verhindern. Villas ärgert sich und ich glaube, Anthony Jung kam da zu spät. Und das wollen wir eigentlich nicht sehen, was die Münsteraner Fans hier abziehen. Löst sich super, geht dem Ball entgegen, ganz im Gegensatz zum Verteidiger. Roger Krohn macht da alles richtig und zeigt, warum er Torschützenkönig der Regionalliga Nord im letzten Jahr war. Das ist ein paar Grünen. Kann Rasenballsport nochmal was dagegen setzen?